So, heute hält mich auch nichts mehr. Ich habe zu meiner Chefin gesagt, es tut mir leid. Meine 115 Pferdescharen im Stall, die müssen bewegt werden. Ich fahre jetzt nach Hause und jetzt drehe ich erst mal eine schöne kleine Runde. 12, 13 Grad, das ist ein bisschen wärmer, in der Garage war es etwas kühler. Ich zeige 12 Grad an. Aber als ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, war es 14,5 Grad. Die Sonne scheint, wie man sehen kann. Und die Straßen sind aufbocken. Hinteres Staufach ist offen. Ich glaube, ich habe auch etwas verloren. Das ist das Problem, das ist es, wenn man nicht mehr so verlieren kann. Ich bin sehr nett, wie man schlit. Wenn wir jetzt sagen, was wir hier loslegen. Und ich bin sehr nett, wie ich jetzt nicht hier auf bin. Ja, es geht nicht mehr. Ich bin sehr nett, wie ich gerne in die Schule. Ich meine, man kann nicht mehr ab und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist ja nicht. Das Seitenstaufach war auf in der Seitendecke. 15 Grad, das ist doch fantastisch. 15 Grad, das ist doch sehr schön. 15 Grad, das ist doch sehr schön. inzwischen sind es 17 grad was will man mehr hat mit tief die luft ist selten hier fahr ich noch mal durch die schöne moslavischer altstadt Die heutige kleine Koxetur habe ich auf meinem 2.RT richtig schön genießen können. Sie war nicht sehr groß oder sehr lang, die Tour. Circa 65 km von Bad Harzburg nach Tvernigerode, zurück nach Hösler und wieder nach Hause nach Bad Harzburg. Aber es war sehr schön. Über Bosnaoka bin ich dann mit Spassfaktor Pedalbox, die Insider wissen, was ich meine, nach Hause getragen.